Jürgen, hast du doch zu diesem Ort aufgehört? Das ist nichts. So wie immer. Bestimmt nur ein Stück von einem griechischen Bomba. Die bombardieren gerade Kahn. Die werden dort aus unseren Kanonen beschossen, versuchen nach Hause zu fliegen und fallen dabei auseinander. Eigentlich sollen sie den Müll selbst wieder aussammeln. Sollten wir das Weg dort unterprüfen? Das könnte nur auf die Güte für den französischen Bitteschmamm feilen. Mensch, ich hab dir doch schon gesagt, ob das war. Wenn du wirklich was tun willst, dann überprüfe mal die Verkrabung auf der Brücke. Der Griff! Da ist der Flügel! Schatz, mein Gott! Hörst du, was? 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 Sie sind noch mit uns. Wir sind in Glück. Die Deutschen haben wir nicht auf unsere Stellung. Findet ein guter Ort, um ihre Bunker zu retten. Wir werden nach Ihrem Barsch von Feuer fahren. Achtung! Der Feind! Fass bi-schiss! Das ist eine Ausgabe. So ... ... ... ... ... Das war's. 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 Das war's.